Na, wo ihr seid, das wisst ihr ja. Ihr seid bei mir eine Motorradmeisterei. Wir haben hier einen ganz besonderen Gast, eine Superdegera V4 und ich habe mich heute Morgen mit dem Christian von CR-Fotografie getroffen, um ein schönes Video für unseren YouTube-Kanal vorzubereiten. Und ja, da könnt ihr darauf gespannt sein. Wir werden sehr viel über das Motorrad berichten, was das alles kann, was das Motorrad so besonders macht. Was ich euch aber auch noch sagen möchte, das Fahrzeug steht jetzt für wenige Stunden bei uns. Wie gesagt, ein ganz besonderer Gast. Ihr habt morgen die Möglichkeit, am Samstag bitte, bitte, bitte nach telefonischer Anmeldung oder halt per E-Mail, wenn ihr Telefon, ist ja heute schlecht, dieses Motorrad zwischen 10 und 14 Uhr hier anzuschauen. Ja, das wollte ich euch einfach nur auf dem Weg so sagen. Wie gesagt, das Video dazu kommt auf unserem Kanal. Du machst nochmal separat eine Werbung dazu. Und ja, wenn ihr es schafft, kommt vorbei. Guckt euch das Ding an. Und wenn ihr es nicht schafft, oder auf jeden Fall, guckt euch das Video an. Bis dann. Forza Ducati!